Musik Johann Sebastian Bach Er gilt als einer der größten und wichtigsten Komponisten der gesamten Musikgeschichte. Die Musik ist geistreich, sie ist packend, sie ist in ihrer Aussagefähigkeit einfach, es sind im richtigen Moment die richtigen Noten. Musik Es ist so schön zu sagen zu können, es gibt beim Bach kein Werk, wo ich sagen könnte, das ist musikalisch eher beiläufig. Es sind alles großartige Werke. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020